Guten Morgen, mein Schatz. Hast du gut geschlafen? Ein bisschen heiß war dir heute Nacht, ne? Oh, mein Schatz. Mama liebt dich. Bist voll hübsch. Guten Morgen. Wer kennt das deine Haare? Nein. Meine Haare kämmen. Juppie. Juppie. So, Milch, Nudeln und Zucker. Und lecker. Bibi Charlene, dir schmeckt es auch, gell? Lecker. Lecker, mein Schatz. Wenn der Baba das sehen würde, dann würde er sagen, aber das ist doch schon lecker. Mein Schatz. Ja. Ja. Hallo, meine Lieben. So, und wie mache ich das jetzt mit euch? Da ist alles voll gerümpelt. Ah, die habe ich wieder gemacht mit dem Lockenstab. So wie in meinem Video. Aber jetzt weiß ich, welchen Fehler ich im Video gemacht habe. Ich habe im Video zu sehr drauf gedrückt. Das braucht man gar nicht. Ich habe jetzt ganz leicht gemacht und es ging viel schneller. Und ja, wie findet ihr das Ergebnis? Hat auch diese, ähm, diese so Stufen nicht. Weiß nicht. Finde ich total cool. Viel besser als mit dem Lockenstab. Da brauche ich immer total lange. Aber mit dem Glätte alles wirklich 10 Minuten und es ist fertig. 16 Uhr 6. Ich muss aufräumen, wenn mein Mann nach Hause kommt und es ist wieder nicht aufgeräumt. Und das Video drehen. In zwei Stunden soll es online sein. Und die Produkte habe ich auch noch gar nicht online. Ähm, was machen wir? Sagt ihr mal. Soll ich euch mal zeigen, was meine Kinder wieder angestellt haben? Also meine Wohnung war ja eigentlich total sauber. Aber. Jo. Das müssen wir gleich aufräumen. Und. Jetzt ist es total so bumm, das fange ich an. Und sie sind auf Sendung. Hi Schatz. Nicht rausgehen an der Sonne. Es ist draußen. Es ist halt richtig stürmisch. Aber es war ein Mensch und die ganze Zeit. Also für die Reisen, äh, die berechnet er mir nicht an. Die hat dann mehr ein Geschenk. Guter Chef. Mein Mann. Er ruft mich ungefähr 10.000 Mal am Tag an. Wenn ihr im Spielzeug Überraschungseil vom Baby. Ja, ihr macht ja vom Babys Überraschungseil. Genau. Guck mal, wir essen jetzt noch mal was. Der Papa ist jetzt da. Es ist laut. Ja. Aber. Was soll ich sagen? Es ist irgendwo bei uns da. Was soll ich das dann? wo willst du hin? Dicke, du stinkst. Nein, da ist nix. Nein, das geht da nicht rein. Nein, der Rest der Familie ist jetzt schlafen gegangen. Ich bearbeite gleich noch mal mein Video. Es ist aber so lang geworden. Ich würde es unbedingt irgendwie kürzer machen. Ja, und noch ein bisschen schön. Ich habe meine Ware bekommen. Ich habe bestellt 30 Stück, glaube ich, von so welchen. Ich finde es so schön. Wie viele sind gekommen? Hier. Ja, ich habe aber für 30 bezahlt. Super, ne? Babyschein. Ja, dann gucken wir mal. Ich muss noch die Couch aufschauen. Wo bist du? Ja. Sag euch mal, wo die gerade ist. Selin, was hast du gemacht? Ja. Wo bist du? Ja. Selin, du bist eindeutig zu dick. Du schmeißt alles um. Ja. Ja. Du schmeißt eiskalt alles um. Da. 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 Aua. Mama liebt dich. Ja. 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 Ach. Ja. Ach. Ja. Ich stehe auf den Orangen. Kinder, mein Schuh hat er sich geschenkt. Nein. 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 Guck mal, was du aus der Wohnung gemacht hast. Wie sieht es hier aus? Ja. Wer war das? Selle. Wollen wir aufräumen? Wisst ihr, was passiert ist? Der Tutorial hat auch meinen Kommentar geantwortet. Also, ich habe geguckt. Er hat 3000 Kommentare und meinen Kommentar beantwortet er. Ähm. Ist schon heftig. Also, ich weiß ja, wie es ist, wenn ich Kommentare bekomme. zum Beispiel unter meinem Boyfriend Tag, da habe ich ja, glaube ich, tausend Kommentare oder sowas. Man kommt gar nicht hinterher, dass er überhaupt meinen Kommentar gelesen hat. Ich fühle mich voll geehrt. So, wie ist Halin? Mädchen. Ja. Mädchen. Ich mag nicht, danke. Ja, ich mag nicht. Ja, aber ich mag trotzdem nicht, danke. Ich mag immer noch nicht. Ja. Nein. Nein, immer noch nicht. Nein, immer noch nicht, mein Schatz. Ja. Jetzt bekommt Baby-Shalin etwas zu essen. Ich mag totale Eier. Und jetzt habe ich Butter und Eier in die Pfanne gemacht. Für Baby-Shalin noch ein bisschen was zu essen. Selin, ich bin hier. Hallo, mein Schatz. Ja, hier. Mama. Essen war super, mein Schatz. Super. Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Meister stehe ich dann um 8 Uhr auf. Aber diesmal haben sie mir vorhin um 6 Uhr. Ja. Stehe um 6 Uhr auf. Und du, Dicke, bestimmt es wieder. Ich weck dich. Ja. Ich weck dich als Kalle. Bisschen Zirkwurm durchmachen. Ja, was ist das denn? Hä? Ja, was ist denn das für ein Verhalten für ein Baby? Ja. Und da. Selin, sag mal Tschüss. Selin, sag mal Tschüss. Ja. Mama, Tschüss. Tschüss. Oh, heute, sag mal Tschüss. Und was schaust du gern? Go white. Go white. Was ist das? Das. Das ist die. Vielen Dank.